Lionhead Movies presents A Timur Goski Produktion Love Crash Drei Studenten leben in einer Wohngemeinschaft. Zwei Männer und eine Frau. Werfen wir doch mal einen Blick hinein. Ich werde noch eine Kleinigkeit einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ja, bitte Zigaretten. Meine Lieblingsmarke kennst du ja. Okay, dann bis nachher. Bye. Ciao, Tom. Tina, du weißt ja, dass ich dich ganz nett finde und ich wollte schon immer mal mit dir alleine essen gehen. Du, Martin, das ist furchtbar nett, aber ich bin schon verabredet. Was? Mit wem denn? Mit Tom, aber ich dachte, wir wären verabredet. Du und ich. Martin, du bist ein super lieber Kerl und eine Freundschaft sehr schön mit dir, aber mehr auch nicht. Wie kannst du mir das antun? Tina, ich liebe dich. Komm zu mir. Aber ich liebe Tom. Sag warum. Sag. Ich hab dir's doch erklärt. Ich werde es nicht zulassen. Nein. Ah. Oh mein Gott. Was hab ich getan? Ich muss sofort weg. Oh mein Gott. Tina. Tina. Sag was. Ich, 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 oh. Nein, nein, Tina. Tina. Bleib bei mir, bitte. Nein. Ja. Ja? Kommen, kommen Sie schnell zu Stock Street, Haus 4. Meine, meine Freundin wurde ermordet. Kommen Sie schnell, so schnell es geht. Ja, sie ist definitiv tot. Sie öftet nicht mehr. Bitte, kommen Sie schnell. Tschüss. Warum? Die Frau, die ich liebe, wurde mir weggenommen. Martin gestand ist der Polizei. Er tötete Tina, weil er eifersüchtig auf uns war. Was soll ich jetzt ohne Tina tun? Untertitelung des ZDF für funk, 2017